Ich frage mich sowieso, warum der Knockback so weit Außen steht, dann kommen die anderen noch Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir mal sterben Nicht mit mir, diesmal triffst du mich nicht mit dem Antakt, dieser Attacke Nein Das war's für heute. Das war's für euch. Das war's für heute. Oh, da müssen die Heiler aber wirklich mächtig gegenheilen. Ich glaube, wenn da nicht tausend Gruppeneilungen kommen, wird man da schnell mal gefressen. Ah, verdammt! Ich war in der Mitte? Ah, aber die Heiler dürfen nicht sterben. Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Ich wollte schon sagen, jemand anderes wurde getroffen, der in der Nähe noch stand. Ah, verdammt! Ich konzentriere mich noch auf andere Attacken, dann macht er sowas. Ich glaube, ich werde da jetzt tanzen. Das regeneriert, glaube ich, uns ein bisschen. Vielleicht nutzt das ein bisschen was. Kannst du hier so oder so, aber... Und schon wieder ein Heiler Down, was ist denn da los? Das wird jetzt mich umhauen. Ich denke mal, der Typ, der das Symbol drüber gemacht hat, der geht zu dem einzelnen Ding hin. Während der Rest woanders hingehen soll. Ja, holt mich bitte wieder. Halt mich hoch, sonst bin ich wieder down. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal. Ich denke mal, ich denke mal, ich denke mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier ist man auf jeden Fall komplett sicher Nein! Aber was ist das von dem hier? Och, fick dich doch Ach, schon wieder beide Highlighter und was ist denn hier los? Wir wollen hier ohne Highlighter jetzt doch gewinnen eigentlich Können die einen wiederbeleben? Das Problem sind unsere Heiler Die dürfen nicht sterben Wenn die sterben verkackt doch alles Ja jetzt wird doch alle sterben Unsere Heiler gehen immer zu früh down Bin froh kein Heiler zu sein Aber hier wird nicht aufgegeben Das Problem ist Schade, dass meine Tänze nicht heilende Wirkung haben. Ich habe den Karten, dass ich mich nicht leidend bin. Ich habe den Karten, dass ich einen Karten habe. Ich habe mich nicht leidend. Aber so lernt man den Boss noch immer noch am besten, indem man einfach sehr, sehr viel Ich mache ja auch noch meine Fehler, deswegen bin ich ja froh, kein Heiler zu sein, weil ich stehe gerne mal falsch. Ich glaube, ich kann auch mit meinem Tanz heilen, aber nicht viel. Ah! Nein! Ach man, dieser... Was ist das B? Das ist das B? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was macht ihr da? Ihr habt mich total durcheinander gebracht. Au. Ja, und jetzt habe ich die Konzentration verloren. My bad. Ich glaube, bei so einem Kampf würde ich mich wirklich mehr aufs Heilen konzentrieren. Wenn ich Heiler wäre. Und aufs Ausweichen. Ich glaube, ich habe einen Weg zu finden. Ich befreue. Ich bin der Hüter. Ich bin der Hüter. Ich bin der Hüter. Ich bin der Hüter. Oh, bitte, bitte, lasst mich hier nicht im Radius stehen. Scheiße! Ah. 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 Die Plattform ist mir auch viel zu winzig. Los, mach ihn nieder. Ja, komm Ulsch. Oh, Gott sei Dank. Der ist down. Diesmal waren die Heiler auch. Mal da, wo sie sein mussten. Also, die starb... Einer starb einmal, aber das ist jetzt nicht so schlimm, solange der andere noch lebt, ne? Oh, was ist denn los? Oh, der ist kleiner geworden. Oh, der ist auf einmal so winzig wie wir. Oh, Goldbes Rüstung zu bekommen wäre geil. Oh, der ist auf einmal so winzig. Oh, der ist auf einmal so winzig. Oh, das war das. Das war's für mich. Ich bin der Sieger! Stopp! Das ist jetzt schon... Das ist der große Schmutz des Hörbren. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das ist ein Schmerz. Das war's für heute. Kommt jetzt der Finale-Finale-Boss? Natürlich ist es Zeromus. Ich weiß noch nicht mehr wie er ausgesehen hat. Wir spielen hier sozusagen Final Fantasy 4 komplett nach, wenn auch komplett anders. Aber die Bosse und so sind natürlich die äh... Oh dieser Memoria wurde jetzt verschlummelt. Hör! Warum hat er nicht geschlossene Teile? Zodiacon-Ethere. Ja, und das ist dann das, was in der nächsten Story noch abgeht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nun, das erste sind wir wieder hier. Untertitelung des ZDF, 2020